Der Ford Fiesta wird nach 47 Jahren eingestellt. Am Freitagabend ist der Kleinwagen offiziell Geschichte. Die Produktion sollte am Freitagabend im Kölner Ford-Werk eingestellt werden, allerdings bleiben die letzten drei hergestellten Fahrzeuge als Erinnerungsstück im Firmenbesitz. Seit 1976 wurden weltweit rund 20 Millionen Fiestas gebaut, etwa die Hälfte davon in Deutschland. Anfangs in St. Louis, später jahrzehntelang in Köln. Die Fiesta-Erfolgsgeschichte ist noch lange nicht zu Ende, hatte das Unternehmen nach 2016 zum 40-Jahre-Jubiläum geschrieben. Doch nun ist es soweit. Die letzten Exemplare rollen vom Band. Für Ford ist das ein einschneidendes Ereignis, sagt der Branchenexperte Ferdinand Dudenhöfer. Der alte Ford verabschiedet sich damit aus Europa und es kommt der neue Elektro-Ford. Dabei sei keineswegs klar, welchen Stellenwert der Autobauer mit dem Pkw in Europa erreichen werde. Der europäische Elektromarkt sei hart umkämpft, nicht nur durch Teslas, sondern auch durch Chinesen. Ford ist gerade dabei, knapp zwei Milliarden Euro in sein Kölner Werk zu investieren und ist dadurch umzustellen auf die Produktion von neuen Strommodellen. Das erste soll Ende des Jahres auf den Markt kommen. 1976 kam der erste Fiesta für 8.440 Deutsche Mark und mit 40 PS auf den Markt. In den nachfolgenden Modellgenerationen wurde das Fahrzeug größer und hatte anspruchsvollere Technik. Der aktuelle Listenpreis liegt bei mindestens 20.350 Euro für 75 PS. Mit dem Fiesta hat Ford die Massenmotorisierung weitergetrieben, mit dem Kleinwagen auch junge Leute und Familien mit überschaubarem Budget erreicht, sagt Dudenhöfer, der Direktor des Duisburger Center Automotive Research. Nachdem ist auch die Umstellung auf Elektroautos ein enormer Krafttag für Ford. Der neue Wettbewerb mit Tesla und den Chinesen auf dem Stromer-Markt werde beinhart.